Hallo zusammen, Zombie-Apokalypse. Ich weiß nicht genau warum, aber das Faszinierendste für mich an Zombie-Filmen sind immer die Anfänge. Wenn die Leute in den Filmen noch gar nicht so richtig mitbekommen, dass was passiert. Ich als Zuschauer schon ganz genau sehe, ja, da fliegt was auf den Ventilator zu, das in Kürze überall verteilt sein wird. Das lässt in mir so eine Urangst hochkommen, wenn alles den Bach runtergeht. Ich glaube, ich bin da nicht gut vorbereitet drauf. Auf Englisch prepared. Oder ist es dann auch egal, wenn so ein Hochwasser kommt oder die Zombie-Apokalypse. Wie sinnvoll ist eigentlich Preppen? Ja, Preppen ist ein interessantes Wort. Ist die deutsche Version von Prepping. Was wiederum die Schnellform ist von Preparing. Preppen steht für die Art von Vorbereitung, die Menschen machen, um im Fall einer Katastrophe die erste Zeit überleben zu können. Das ist die Idee dahinter. Und die ist ohne Frage gut. Seltsam ist, dass Prepper oft einen zweifelhaften Ruf haben. Das liegt zum einen wahrscheinlich daran, dass in Filmen dieses Klischee benutzt wird von irgendwelchen seltsamen Typen, die sich auf den Weltuntergang vorbereiten oder aktiv dran arbeiten. Zum anderen haben etwa Roland Imhoff von der Uni Mainz und Pia Lamberti vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie nachweisen können, dass Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, oft auch einen Hang zum Preppen haben. Prepper haben dieses bekannte Pfadfinder-Motto verinnerlicht, allzeit bereit. Und zum bereit sein gehört natürlich, dass man weiß, woher man aktuelle Informationen bekommt. Denn bevor ich an meine Vorräte gehe, ist ein wichtiger erster Schritt, rauszufinden, wie eigentlich gerade die Lage ist. Sind die Zombies vor meiner Tür echt oder vielleicht doch nur die Schnapsleichen der letzten Partynacht? Ja, das ist das Schöne, wenn man ein Büro im Ausgehviertel hat. Breit sein ist hier an der Tagesordnung. Nachtordnung. Also, wie erreichen mich Warnhinweise? Sirenen sind ein Weg, relativ einfach zu signalisieren. Irgendwas stimmt hier nicht. Ein bisschen genauer geht es mit Cell-Broadcast-Meldungen an alle Handys. Das sind sozusagen SMS-Rundmails mit höchster Priorität. Auch gut erkennbar am lauten Warnsignal. Über Apps wie zum Beispiel Nina werden auch Warnhinweise verschickt, wenn man Nina auf dem Handy hat. Auch Sondermeldungen im Radio und im Fernsehen können sehr hilfreich sein. Das bringt nur alles nichts, wenn im Fall einer großen Katastrophe das Stromnetz zusammenbricht. Denn die Funkmasken und Verteilerkästen fürs Handynetz und die Internetleitungen, die brauchen Strom, um zu funktionieren. Dass wir so abhängig sind von Elektrizität, ist unser Wunderpunkt. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, ob Preppen deshalb vielleicht total sinnlos ist. Erstmal muss ich aber über unser Stromnetz sprechen. Das Stromnetz in Deutschland ist in verschiedene Netze unterteilt. Es gibt die Übertragungsnetze. Die sind an das europäische Netz angeschlossen und transportieren Strom über richtig große Entfernungen mit Höchstspannung. Das ist das Tausendfache von dem, was zu Hause aus der Steckdose kommt. Und dann gibt es die Verteilernetze. Die versorgen Ballungszentren mit Strom, große Industriebetriebe, kleine Betriebe und auch uns zu Hause. Das ist, deutlich zu erkennen, unfassbar komplex. Wenn ein paar Stromleitungen beschädigt werden, sei es durch Unwetter oder durch Untote, dann wird der Strom auf die umliegenden Leitungen verteilt. Wenn aber zu viele Stromleitungen ausfallen, dann werden die umliegenden Leitungen überlastet und schalten sich von selbst ab. Das ist ein bisschen so wie bei einem großen Stau nach einem Unfall. Um den zu umfahren, nehmen dann so viele Leute die Schleichwege, dass da dann nach kurzer Zeit auch alles still steht. Damit es bei den Stromnetzen nicht passiert, können die Übertragungsnetzwerkbetreiber von ihren Schallzentralen aussteuern, wie viel Strom über welche Netze fließt. Manchmal müssen sie sogar ein Brownout einleiten. Das ist ein geplanter, örtlich begrenzter Stromausfall, damit die Leitungen nicht überlastet werden. Kürzere Stromausfälle gibt es immer mal wieder. Längere Stromausfälle sind eher selten. So wie im Münsterland 2005, als es so stark schneite, dass einige Strommasten unter dem Gewicht vom Schnee einstürzten. Ungefähr 250.000 Menschen hatten damals keinen Strom. Viele davon teilweise bis drei Tage lang. Ein Blackout, also einen flächendeckenden, lang anhaltenden Stromausfall, gab es in Deutschland bisher noch nicht. Dafür wäre ein groß angelegter Bombenangriff nötig. Oder eine aufwändige Hackerattacke. Oder ein Update, das nicht so läuft wie geplant. Wie im Sommer bei Crowdstrike, als unter anderem der Flugverkehr großflächig lahmgelegt wurde. Y2K einfach 24,5 Jahre später. Aber nur mal angenommen, der Strom ist komplett ausgefallen. Wie bekommt ihr dann Nachrichten und Infos? Wie gesagt, WLAN könnt ihr vergessen. Handynetze werden nach einer Zeit auch nicht mehr funktionieren. Klar, einige Sendemasten, die werden bei einem Stromausfall noch kurz mit Strom aus Batterien versorgt. Aber spätestens nach ein paar Stunden haben nur noch wichtige Technikstandorte und Rechenzentren Elektrizität. Ihr könnt euch also im Ernstfall nicht darauf verlassen, dass ihr Internet habt. Und deshalb haben Prepper sowas wie ein Radio mit Akku. Oder mit einer Kurbel, mit der man selbst das Gerät kurz mit Strom versorgen kann. Ein batteriebetriebenes Radio gibt es natürlich auch im Auto. Falls ihr also eins habt, ein Auto mit Radio, seid ihr im Grunde Prepper Level 1. Und jetzt, yay, interessanter Fakt, so ein Sender wie der WDR ist auch eine Art Prepper, damit bei einem großen Stromausfall zumindest ein Katastrophenprogramm gesendet werden kann. Und ich möchte jetzt bitte in den Kommentaren keine Witze darüber lesen, dass das Programm sowieso katastrophal ist, denn ich bin auch ein Teil davon. Jedenfalls gibt es für das Notprogramm in den tiefen Kellern beim WDR einen riesigen Schiffsmotor. Der sorgt für den Notstrom. Falls ihr mal die Nord-Süd-Fahrt in Köln entlang fahrt, seht ihr da dieses Rohr. Das ist der Auspuff. Das Ganze wird einmal im Jahr testweise gestartet. Das läuft also einigermaßen verlässlich. Und das ist natürlich die Frage, ob ein eigener Generator oder eine Photovoltaikanlage bei euch zu Hause sinnvoll ist, um auf Stromausfälle vorbereitet zu sein. Das Interessante ist, wenn ihr ein paar Solarpanels auf dem Dach habt und denkt damit seit dem Fall eines Stromausfalls unabhängig und versorgt, muss ich euch leider enttäuschen. Normalerweise schalten sich solche Anlagen bei einem Stromausfall automatisch ab. Es sei denn, ihr habt schon beim Einbau darauf geachtet, dass eure Anlage auch beim Stromausfall Strom liefern kann. Damit ihr zu Hause eure Geräte weiter mit Elektrizität versorgen könnt, wenn sonst niemand Strom hat, muss ich nämlich euer Hausnetz automatisch vom öffentlichen Netz trennen und im Inselbetrieb laufen. Ist machbar, aber teuer. Mit solchen Anlagen könnt ihr aber natürlich nur euer Zuhause versorgen. Das hilft bei einem großen Blackout zum Beispiel aber nicht bei der Versorgung mit Trinkwasser. Denn auch dafür brauchen wir in den meisten Fällen Strom. Klar, ein Teil der Wasserversorgung läuft über Hochbehälter. Das sind zum Beispiel Wassertürme. Das Wasser wird da so hoch gelagert, dass es mit genügend Druck zu euch in die Wohnung fließen kann. Solange ihr nicht höher wohnt als der Hochbehälter. Oft spart man sich den Bau von solchen Hochbehältern, Betonung auf spart, und nutzt lieber Tiefbehälter mit Pumpen. Die sind bei uns ziemlich weit verbreitet, weil sie deutlich günstiger sind. Allerdings ungünstiger, wenn der Strom ausgefallen ist. Denn womit werden die Pumpen betrieben? Richtig, mit Elektrizität. Natürlich haben einige Wasserwerke Notstromaggregate und können zum Beispiel mit Dieselmotoren Strom erzeugen, um Wasser zu pumpen. Ihr hättet dann also trotz Stromausfall immerhin Wasser, zumindest ein paar Liter pro Tag. Aber die Pumpleistung kann eingeschränkt sein. Wenn ihr also in den oberen Etagen wohnt, könnte es nicht bis zu euch hochkommen, das Wasser. Am Anfang eines Blackouts gibt es natürlich noch Wasser in den Leitungen und in den Toilettenspülkästen. Dieses Wasser könnt ihr sammeln und mit Entkeimungsmitteln haltbar machen. Besser ist aber, ihr legt euch einen Trinkwasservorrat an. Wenn ihr mit zwei Litern pro Tag rechnet und ihr in einer WG mit fünf Leuten wohnt, dann braucht ihr allerdings schon fast ein eigenes Zimmer dafür. Wenn der Strom länger als ein paar Tage großflächig ausfällt, dann braucht natürlich auch irgendwann die Stromgenerator und neuen Treibstoff. Treibstofftanken geht aber auch nur mit Strom. Denn wie werden die Benzinpumpen an den Tanksäulen betrieben? Mit Elektrizität. Es kann also bei einem längeren Stromausfall tatsächlich dazu kommen, dass auch das Wasser ausfällt. Neben Wasser ist natürlich auch Essen wichtig. Wir haben alle während Corona gesehen, wie die Leute Klopapier auf Vorrat gekauft haben. Was seltsam ist, denn das ist gar nicht so nahhaft. Und klar, auch ein Supermarkt tut sich schwer, euch Sachen zu verkaufen ohne Strom. Angefangen von den Schiebetüren am Eingang bis hin zu den Kassen am Ende. Funktioniert alles nicht, wenn keine Elektrizität da ist. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BKK, empfiehlt deswegen, Essen für ungefähr 10 Tage vorrätig zu haben. Das kann dann zu den Flaschen ins Zimmer ziehen. Was genau ihr einplanen solltet, das findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Aber selbst wenn ihr für ausreichend Essen und Trinken vorgesorgt habt, könnt ihr natürlich immer noch krank werden. In Krankenhäusern müssen die Intensivstationen, OP-Säle und wichtige medizinische Geräte für mindestens 24 Stunden abgesichert sein. Mit einer Notstromversorgung. Deshalb ist es sehr zu empfehlen, Verbandskoffer und wichtige Medikamente in ausreichender Menge zu Hause zu haben, damit ihr zur Not ein paar Tage überbrücken könnt. Und alles das macht klar, der seidene Faden, an dem unser Leben mit seinen vielen Annehmlichkeiten hängt, ist ein dünnes Elektrokabel. Wie sinnvoll ist dann Preppen? Also um die ersten paar Tage während eines Notfalls zu überleben, ist Preppen auf jeden Fall sinnvoll. Auch weil es die Feuerwehr, das THW und alle anderen, die helfen, entlasten kann. Preppen aber, um unabhängig für einen längeren Zeitraum zu überleben, ist nur mit sehr viel Aufwand möglich. Und wenn man sich ernsthaft auf sowas wie eine Zombie-Apokalypse vorbereiten will, wenn also unsere Zivilisation in sich zusammenfällt, dann muss man sich so intensiv vorbereiten, dass man wahrscheinlich bis dahin gar kein normales Leben führen kann. Und ja, unsere Leben sind komplex und vernetzt und anfällig für eine Menge Störungen. Das kann manchmal nerven. Aber sich so unabhängig zu machen, dass man davon völlig frei ist, würde mich, ehrlich gesagt, noch viel mehr nerven. Ich schaff's gerade mal, die Checkliste vom BKK durchzugehen. Die ist schön kompakt. Nur ein DIN-A4-Blatt. Doppelseitig. Schreibt mal in die Kommentare, ob und wie ihr euch vorbereitet. Oder vielleicht denkt ihr ja auch, wenn die Scheiße den Ventilator trifft, um mal das zu sagen, was man in den USA mal gerne sagt, dann ist eh alles vorbei. Ich hoffe allerdings, dass das noch ein bisschen dauern wird. Ich würde euch auch gern beim nächsten Video wiedersehen, wenn die Welt bis dahin noch nicht untergegangen ist. Alles Gute. Ich hoffe, dass ihr euch habt.